Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann. Heute wollen wir einen Heiligen vorstellen, der in Deutschland zumindest recht bekannt ist. Bruder Konrad von Partsam. Sein Gedenktag, sein Fest ist am 21. April. Und er gehört auch zu denen, die in einer Zeit gelebt haben, die uns näher ist als so viele Heilige aus der Märtyrerzeit, im Urchristentum und im Mittelalter. Bruder Konrad wurde schon lange verehrt, bevor er selig und dann heilig gesprochen wurde. Es ist wirklich ein typischer Fall, wie eine Verehrung im Volk dann auch offiziell wird und es schafft, in den heiligen Kalender der weltweiten Kirche zu kommen. Die Kirche hat in dem Fall nur anerkannt, was sie feststellte. Dieser Mann wird von vielen Menschen verehrt. Er war ihnen ganz nahe. Und das ist er bis heute, wie auch Bilder zeigen, die nicht uralt sind, sondern jüngst in unserem Jahrhundert, im neuen Millennium, gemacht worden von Künstlern. Und wo das Leben eben vorgestellt wird in Biografien. Ich darf auch gleich hinzufügen, dass es eine neuere Biografie gibt von meinem Mitbruder Niklaus Kuster, Konrad von Parzan, Menschenfreund und Gottesmann. Das war er wirklich. Und darum wollen wir ihn jetzt ein bisschen kennenlernen. In welche Zeit wurde er hineingeboren? Es war noch längst nicht unsere Zeit, das 19. Jahrhundert. Es war geprägt von der Industrialisierung von Handwerkern, die auf der Suche nach Arbeit über Land zogen. Zum 19. Jahrhundert gehören Seuchen und Not, auch Hungersnot. Not besonders durch die Revolution 1848-49. Kirchlich war das 19. Jahrhundert geprägt von der Aufhebung der Klöster 1803-30 durch die Säkularisation und von der katholischen Aufklärung. Während der Klerus vieles am Glauben in Zweifel zog, alles nicht mehr so ernst nahm, flüchteten die Laien in fromme Bruderschaften und abergläubische Praktiken. Auch Johannes Birndorfer, so hieß Bruder Konrad von der Taufe her, gehörte zu mehreren Bruderschaften, deren Andachten er am Sonntag besuchte. Werktags betete er bei der Arbeit, wenn möglich, den Rosenkranz. Das heißt, er war sozusagen immer im ständigen Gebet, wie wir das auch von den Mönchen der Ostkirche kennen. Bis zum 31. Lebensjahr arbeitete Johannes wie seine Geschwister auf dem großen Venushof in Parzamm. Als er den Hof hätte übernehmen können, verzichtete er auf sein Erbe und klopfte bei den Kapuzinern im nahen Altötting an. Er suchte die Stille und noch mehr Zeit zum Gebet. Er bekam den Namen des Einsiedlers Konrad von Piacenza, das liegt in Kalabrien, der, wie er, im dritten Orden des heiligen Franziskus war. Nach dem Probejahr band sich Konrad durch die Gelübde für immer an den Kapuzinerorten. Bald vertrauten ihm die Oberen die wichtige Pforte am Marienwallfahrtsort Altötting an. Diese Pforte wurde seine Lebensaufgabe. Die Pforte so als Fenster zur Welt, als Durchgang, als Passage zwischen Welt und Kloster. 41 Jahre versah er täglich, nachdem er bei der Frühmesse in der Gnadenkapelle gedient hatte, die Klosterpforte. Das heißt, er hörte sich die Bitten der Wallfahrer an, erfüllte sie womöglich, er schrieb Messen auf, die bestellt wurden, er musste einen Priester rufen, Bettlern, Brot und Suppe bringen, Anliegen, Anhören und vieles andere mehr. Das Erstaunliche ist, dass er bei dem vielen Trubel an der Pforte, dass er sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und auch Zeit fand für Kinder, mit denen er scherzte. Was ihm bei seinem 18-Stunden-Tag an Zeit übrig blieb, verbrachte er in der kleinen Alexiuszelle, die man heute noch besuchen kann, die hatte einen Durchblick zum Tabernakel. Wenn er dort nicht war, betete er nach dem Mittagessen im Garten den Kreuzweg. Das Kreuz ist mein Buch, so lautet eines seiner Worte. Es sagt mir in jedem Augenblick, was ich zu tun habe. Das ist etwas ganz Einfaches, was auch vielleicht in unserem Leben hilft. Wenn ich die Geduld verliere, wenn ich mal ausrasten möchte, dann kann ich wirklich Rast nehmen mit dem Blick auf das Kreuz und dort wieder zur Ruhe finden. Ja, wo wird er denn besonders verehrt, dieser heilige Bruder Konrad? Wie die Leute Bruder Konrad ihre Anliegen anvertraut haben, so tun sie es auch heute noch. Er wird vor allem dort verehrt, wo er gelebt und gewirkt hat. Er hat die Wallfahrt zur Mutter Gottes, um die Wallfahrt zu seinem Grab vermehrt. Er ist zu einem Volksheiligen geworden. Als er 1934 von Pius XI. ins Verzeichnis der Heiligen aufgenommen wurde, war er nach Fidelis von Sigmaringen der zweite Deutsche, dem nach der Reformation diese Ehre zuteil wurde. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ihm viele Kirchen und Kapellen geweiht. Ihm wurden Staduen, Bilder und Lieder gewidmet. Er ist Patron der Pförtner. Wo es ein Kapuzinerkloster gibt, selbst in Brasilien, hängt an der Pforte sein Bild. Und auch an der Pforte des Internationalen Kollegs in Rom findet man sein Bild in der Eingangstür. An der Rezeption würde man heute sagen. Die Kapuziner feiern weltweit seinen Gedenktag jeweils am 21. April. Gibt es auch von ihm irgendeine Story, die kaum einer weiß? Ja, ich glaube kaum einer weiß, dass Johannes Birndorfer als Jungbauer etwa acht Jahre um seine Berufung gerungen hat. Nachdem er 1838 an einer Volksmission teilgenommen hatte, spürte er den Ruf zu mehr Innerlichkeit, den Ruf ins Kloster zu gehen. Er beriet sich mit seinem Heimatpfarrer in Weng, der aber kein Verständnis für ihn zeigte, der ihm zu fromm war. So machte er sich alle 14 Tage sonntags auf den 20 Kilometer langen Weg nach Aigen, um mit dem Priester Franz Xaver Dullinger zu sprechen. Dieser verstand seine Sehnsucht zu klären und bestärkte ihn in dem Entschluss, Kapuziner zu werden. Was man heute geistliche Begleitung nennt, hat dieser Priester gut wahrgenommen. Weil Bruder Konrad nichts Außergewöhnliches gemacht hat, ist er auch heute noch ein Vorbild. Er ist wirklich einer aus dem Alltag. Ein Heiliger der täglichen Treue im Kleinen. Von Jugend an war sein Leben beten und arbeiten, eben wie die Benediktiner das sagen, ora et labora, beten und arbeiten. Hier den rechten Ausgleich zu finden, ist nicht immer leicht, auch in seinem Leben. Aber weil er den Ausgleich gefunden hat, zwischen Arbeit und Gebet, wurde er so geduldig und blieb er so freundlich im Umgang mit den Menschen. Das ist sicher auch ein guter Rat für uns heute. Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017